Moin, guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge von Human Fall Flat. Na sicher, wir hatten das schon ein paar Mal, ihr erinnert euch sicherlich, aber die Folge hier ist nochmal was ganz anderes, die ist besonders. Denn hier und heute wird das Element Golfen, genauer Mini-Golfen, nochmal einen ganz neuen Fokus auf das Spiel legen. Und wenn ihr euch nicht erinnert, dann schaut euch am besten mal die Videos zu Golfit an, da wisst ihr ja, dass wir eine Menge Spaß schon mit dem ganzen Kram hatten. Ansonsten gilt wie immer, wenn es euch gefällt, den Like nicht vergessen und jetzt ganz viel Spaß. So, heute sind wir hier zusammengekommen und die zwei raufen sich. Wen haben wir neben uns? Donnie! Hallo! Donnie, hey! Hund geht auf, Hund geht auf. Er geht auf, ich gebe auf. Hallo! Wir müssen noch zwei Leute begrüßen. Wer ist denn hier drüben noch? Das LP-Huhn. Hi! Full in Action und... Oh, nein! Ah! Kira. Hallo, Kira, der Hund. Hallo, Kira-Hallo, Kira, der Hund. So. Okay, ihr Lieben. So, was haben wir denn hier? Wir haben farbige Schläger. Oh! Kira gibt... Oh, das Stroke auf, danke. Sehr gut. Ich nehme mir mal einfach den roten da weg, dass wir... Blau, 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 bla Daniiihlacht noch den Schläger zu kriegen. Donnie! Warte mal, schieße ich jetzt auf deinen Kopf oder auf die Kugel, Donny? Das sieht alles gleich groß aus. Macht keinen Unterschied, es ist beides holt. Oh, oh. Hier. Warte, 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 warte. Halt, 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 halt. Halt. Zurück. Oh, ich habe mich fallen gelassen. Let's go, Donny. Oh, rein. Aber da, da, da. Wow. Hallo, ein Schläger. Oh, gar nicht so einfach, ne? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Let it rain. Oh, das habe ich schon viel früher geschafft. Oh, Entschuldigung. Nice. Ist drin. Cool. Ich habe den reingekriegt mit dem Schläger. Aber ich habe ihn fallen gelassen, den Schläger. Das heißt, er hat sowas aktiviert. Ich möchte mit Schläger durch. Aua. Was ist mit Schläger da durch? Was ist noch los? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, verdammt. Okay, Andre, ich habe beruflich und schlechten nach. Das ist für dich. Wie gut ist, wie wer da schlecht ist. Ich habe meinen Schläger losgelassen. Ach, nein. Wow. Wow. Was war denn? Das sah ja richtig witzig aus. Mein Gott. Hallo. Sag mal, da oben. Da stecken ein paar Füßchen in der Mauer drin. Oh, da oben auch. Oh, shit. Was war das denn? Das ist mein Bein. Nein, weil ich habe nur noch eins. Donnie. Vollenspann. Wo ist Donnie hin? Donnie? Donnie? Hallo? Donnie? Donnie? Es geht mir gut. Ach, du schaffst. Oh, oh, oh. Er hat es einfach bis an die Spitze geschafft. So, let's go. Hey, was ist denn da? Du hast früher. Sackhüfen war aber die Sportart, wo ich mein Mais aufs Maul gelegt habe. Da hinten ist auf jeden Fall so komische Dinge. Ich glaube, die kann man bewegen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit dem Hebel das hier machen. Und wir brauchen, da, guck mal, da, ja. Okay, rechts. Ich will die jetzt genau. Und dann haben wir ja links. Jetzt gleich wieder links. Links, 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 links. Das war knapp. Sehr gut. Ich bin auch drin. Wurde auch eingeladen. Was da? Bing, bong. Juhu, weiter geht's. Vorsicht, Menschen mit Behinderung bitte zuerst. Da werden Erinnerungen wach. Ich habe mich an diesem Stein festgeklebt und ihr kriegt mich hier nicht wieder los. Ich streike. Ich habe euch beide. Hier hinten rüberhüpfe. Okay, das sieht aus wie ein modernes Kunstwerk. Warte mal. Okay, das sieht unanständig aus. Ich sollte das sein lassen. Entschuldigung, Kira. Wir müssen an den Schläger dran, oder? Oh, das wäre voll cool. Ich mag so baumeln. Ja, ich auch. Das ist das Tolle. Komm, wir probieren es aus. Oh, geil. Guck mal. Wo musst du denn hin baumeln? Oh, ich habe keine Ahnung. Und loslassen. Ah, warte. Und. Jetzt loslassen. Beide. Ist das dein Ernst? Warte. Ist das dein Ernst? Jetzt loslassen. Einmal Rücken gebrochen. Ja. Und sie ist da. Und so. Und go. Oh, du hast beinahe noch den anderen. Ach, Toni. Ey, was wird das? Ich will da. Nein, Papi. Ich möchte da ran. Ich möchte aber ran. Gar nicht. Mach mal Lucky Lucky hier. Ich habe direkt getroffen. Du Angeberer, ey. Ich kämpfe jetzt gegen Windmühlen. Oh, ihr seid von Wetter gelaufen. Okay, warte. Ich muss ja hier nochmal. Oh, hinter dir. Guck mal hinter dir. Das erklärt, wo du bist. Aber wo ist André? André hat es geschafft. Der ist oben. Ach so. Ich versuche, die Windmühle gerade festzuhalten, während ich mich mit der anderen Hand, äh... Na ja. Seht selbst. Ich glaube, das sieht falsch aus. Na ja. Deine Foto guckt so ein bisschen. Wachen die in der Stadtrundfahrt oder was? Die Bomben sind kalt. Wo ist denn jetzt André schon wieder hingelaufen? Untergefallen. Fehler wurden gemacht. Ey, au! Offensichtlich nicht. Aua. Wir waren eine Errungenschaft freigeschaltet. Oh, der ist auf mir gespawnt. Kann das mal einer wegfahren? Dankeschön. Aua. Ähm, unter euch ist Donnie. Sonst hat den Falschen erwischt. Sorry. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, wir müssen den hier in die Mitte parken, damit wir von Dach zu Dach springen können. Hier, halt mal. Da kannst du auch jetzt hoch. Schau mal. Oh, mein Gott. Ich sehe was Geiles. Ah. Nein, mein Ball. Mein Ball ist weg. Nein, bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Puh. Hast du fein gemacht. Willst du ein Keks? Nee, danke. Sauerstoffzelt wäre besser. Weniger rauchen würde helfen. Ich möchte ihn aber gern. Ich möchte ihn gern auf den Punkt da oben drauf haben. Da. Das war nicht geplant. Das ist mein Ball. Manu, wieso bleibst du nicht da drauf? Ich möchte ganz kurz erwähnen, ich stehe auf einem Golfkart, was man bewegen kann und hinter mir steht ein Pyramid aus Kisten. Ich bin runtergeglitscht. Mayday. Mayday. Wir sinken. Ich bin im Wasser und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe mich nicht. Also ich sehe mich irgendwo da oben, wenn ich mal groß bin. Okay, das ist, es steht tief. Ich nicht. Ich laufe. Ich habe dir Vollgas gegeben. Oh, oha. What do we have here? Easy. Sie, ich möchte fliegen. Wow, wurde der abgeräumt. Aber er ist definitiv hinter uns gelandet. Nein. Ich weiß nicht, er kommt. eBay, keine Anzeigen. Was, was, was? Oh, was, was? Bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe mein Schnitzel. No. Wow. Ah, no. Es hat mich gefrankt. Wir müssen das noch schaffen. André. Andi. Was ist denn da los? Schwerkraft. Der eine Schläger hat mich hier hinten hingeschleudert. Au. Junge, Junge, Junge. Wie viel Genicke dabei gebrochen sind. Ich wollte ja nur gesagt, haben Schläger kommt. Du kannst das schaffen. Gib alles. Ja, komm, da kommt. Gib alles. So, schnell, schnell, schnell. Achtung, Schläger kommt. Lauf, lauf. Okay, da nicht. Wo bist du gelandet? Woanders. Ähm, ja, cool. Gegangen. Nicht cool. Das ist ein großer Bär da langgeführt. Oh Gott. Achtung, achung, ich möchte mal was ausprobieren. Hehehe. Hey, guck mal hier. Hallo. Ich bin einfach hier drüber gesprungen. Das ist jetzt irgendwie uncool. Hehehe. Richtiger Cheater. Ist so. Ich wollte ja hier rüber geschleudert. Also, ich glaube, wir müssen irgendwas einlochen. Kann das sein? Ah, ja, ja, ja. Ah, wir müssen im richtigen Moment loslassen. Genau. Sehr gut. Jetzt schaltet es nach oben. Und da muss es jetzt auch nach rechts gedrückt werden. Oh, das war knapp. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe erst im späteren Moment gecheckt, dass das für den auch geht. Erfektes Timing einfach, würde ich sagen. Juhu. Und? Juhu. Ja. Yay. Wo müssen wir jetzt? Da hoch. Achso, habe ich nicht gesehen. Da müssen wir rein. Da ist die Tür aufgegangen. Nächste Winkelmühle. Nächste Winkelmühle. Hallo. Und wieder möchte ich mit der Windmühle fahren. Möchte noch jemand mitfahren? Da ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, wir müssen das so machen. Aber ich werde doch wieder zerquetscht. Das ist gar kunstvoll heute wieder. Das tut weh. Das tut. Wir sind auf der falschen Seite, glaube ich. Obwohl... So geht das nicht. Das ist perfekt. Warte, warte, warte. Ja. Laffen Sie es? So, jetzt darf ich es. Weg, 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 weg. Oh, da hängt wieder was. Da hängt wieder einer zum Schwingi-Schwingi-Machen. Ach ja, das Huhn, das Huhn. Jetzt ihr. Am Ende bei uns André wieder Soundeffekte ein, wie ich hier runterfalle. Ich müsste erst mal hochkommen, damit ich das sehen kann. Da ist er ja. Also, oh, der strampelt gut. Oh, 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 oh. Ich glaube... Ach so, du... Ach so, darum geht's dir. Komm, tritt nochmal Donny, tritt nochmal Donny. Ich bin getreten, unhöflich. Das ging ganz schön weit runter, jetzt. Du? Ja, das ging nicht so weit. Falls auch du, 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 du vielleicht. Du stehst aber im Weg, dann. Oh, na gut. Jetzt kommt das Huhn. Ja, Penner. Komm, Kira, jetzt du. Es sieht aus wie der Sportlehrer, der beim, 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 bei, bei Haltung hilft. Donny, Donny. Donny, du hängst noch? Ja. Ja. Es war aber ein richtig guter Sprung. Das war aber richtig super. Da, 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 da. Ah, ich brauchte mich nicht festzulegen. Wow. Donny, er hat es geschafft und hängt am Haken. Ja, das sieht gut aus. Festhalten. Oh, oh, oh. Wow. Der Haken fällt runter. Das... Sehr stark, Donny. Sehr stark. Geh mal rein in die Folterkammer, ha? Hängt ein Schwert. Uh. Oh, ich musste mich schon wieder nicht hochbeziehen. Das ist kein Schwert. Das ist ein Golfschläger. Ach so, Entschuldigung. Es sah so aus auf die Distanz. Oh, warte. Nein, nein, nein. Heiß, 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 heiß. Gucken, da muss ich jetzt noch ein bisschen den Winkel ändern. Oh, ja, ich hab's rüber geschafft. Hihi. Hui, jup. Ist das chillig. Oh, schnell weg, da kommt... Oh, da hält er sich am Hosenbund wieder fest. Los, alle an Kira hängen. Alle an Kira hängen. Jetzt. Na, bitte nicht. Oh, nein, ich hab' vergessen, loszulassen. Ah. Ah, nein. Jetzt hab' ich nicht verkackt. Mann, klink ich. Autsch. Mein Arm. Ah, ha, ha. Was war das für ein Streit? Ich. Es sind Dinge geschehen. Guck mal da hoch, müssen wir. Was ist das denn? Müssen wir in die Kapsel steigen? Das sieht so aus hier, ne? Als ob man hier rein müsste, irgendwie. Ähm, warte, Pärchenweise. Stopp, stopp. Noch nicht, noch nicht, Donny. Okay, Donny. Wir gehen als Pärchen rein. Nee, ich komm' mit, warte. Wir lassen Kira zurück. Ja, ja, ich schee ja nur hier. Nein, Kira kommt auch mit. Wir lassen Kira zurück. So, guck mal, die zwei, die gehen jetzt in eine Kapsel. Blau. In blau. Ich will wie mein Zustand sein. Achso, das sind gar keine. Oh, warte, ich geh mal da rein. Ich geh da rein. Kommst du da rein? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt. Jetzt. Lauf, laufen, laufen nach vorne. Lauf nach vorne. Lauf in dieser Richtung. Okay, in dieser Richtung. Waaah! Lass uns los. Lass uns los. Aber das macht so viel Spaß. Au. Ja, aber es ist schwierig, diesen Ball zu sch... Äh, au. Donny, kommst du hinterher? Ich bin im Golfball drinnen, aber... Ja, du musst dich nicht weglaufen. Oh, God. Aber jetzt sind wir ohne Donny gestartet. Ja. Und Flatsch. Hole in one. Hole in one. Ihr Lieben, das war Human Fall Flat für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über einen Like des Videos sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.